Open Data Portal Österreich, zentraler Datenkatalog für offene Daten aus Wirtschaft, NGO, NPO, Forschung und Gesellschaft. Seit 2007 gibt es ein weltweites Movement über Open Government Data. Dazu wurden bereits zehn Grundprinzipien definiert. Entfernt man das Government aus Open Government Data, entsteht Open Data. Die Daten aus allen Bereichen und nicht nur der öffentlichen Verwaltung. Open Data in Österreich, 20 veröffentlichte Stellen in Österreich, sind die Basis für 140 offizielle Anwendungen, die darauf aufgebaut und realisiert wurden. Data GVAT gilt hierbei als zentraler Einstiegspunkt für offene Regierungsdaten in Österreich. Das Open Data Portal Österreich nun realisiert einen zentralen, offenen Datenkatalog für die Daten aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Forschung, NPO und NGO als Erweiterung zu Data GVAT, um neue Businessmodelle zu ermöglichen, um als regionaler, nationaler Innovationsmotor zu fungieren, um alle Stakeholdern Open Data heranzuführen und den Standort Österreich zu stärken, um dadurch die Datenwirtschaft in Österreich voranzutreiben. Das Projekt beinhaltet die Konzeption des gesamten Open Data Portal Österreich, die Implementierung der Lösung auf Basis von Open Source Software, die auch auf Data GVAT eingesetzt wird, die Einbindung aller Stakeholder durch den Aufbau eines Partnernetzwerkes, einen aktiven Support für die Datenpublikation und Nutzung, durch die Aktivierung der Community, die Unterstützung der Datenpflege und Qualitätssicherung durch Crowdsourcing, die Bewerbung des Open Data Portals national und international, sowie die Organisation von Hackathons und Events zur Datennutzung. Bereits 2010 formulierte David Eves vom Center of the Study of Democracy in Canada, Building an Open Government Data Infrastructure is like building an electric power grid. It's hard to measure its impact on society and on economy, but it is evident that there is one.